Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Isana Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Isana Adventskalender ist jetzt aktuell verfügbar bei Rossmann. Ich habe ihn online bestellt, weil ich weiß noch nicht, ob er in den Läden verfügbar ist. Ich war tatsächlich an dem Tag, wo es online verfügbar war, im Rossmann drin und habe nachgefragt, aber die haben leider keinen gehabt. Und deswegen habe ich ihn jetzt bestellt und möchte ihn euch gerne einfach mal vorstellen. 14,99 Euro kostet der online und er soll laut Stickern, der da irgendwie auf dieser Folie drauf war, einen Warenwert von 28 Euro beinhalten. Das wird ein bisschen schwer, das umzurechnen. Ich glaube, dass ich das auch nicht so ganz hinkriegen werde, aber wir gucken mal. Ich mache das auch mit so Zirka-Preisen, versuche aber bei den Pflegeprodukten, mich da entlang zu hangeln, was quasi in Full Size bei Isana, ach Quatsch, bei Rossmann verfügbar ist. Und dann ist das immer ein bisschen schwierig, dann hast du irgendwie 6 Cent für ein Duschgel oder so. Egal, wir gucken jetzt einfach mal den Adventskalender von außen an. Isana für eine schöne Adventszeit und er ist pink, rosa. Ich finde ihn ganz hübsch, ne? Also es ist tatsächlich eher so im Mädchen-Style gestaltet. Es ist ein Kläppchen-Adventskalender und wir starten mit der Nummer 1. Die möchte gerne den Weihnachtsstress schon am 1. Dezember verabschieden. Ich bin mal gespannt. Verwöhnmaske für jede Haut, Plätzchen, Duft und Macadamia-Öl. Und das ist so ein Doppelsaché, die kriegt man ja ab und an mal. Ab und an ist gut. Die kriegt man ganz normal bei Rossmann zu kaufen von Isana. Finde ich aber cool, dass wir hier direkt mit einer Maske starten dürfen. Und mir gefällt es auch, dass wir dieses weihnachtliche Design haben mit diesem Rient hier drauf und Geschenken und so. Das finde ich cool. Ho, ho, ho heißt es in der Nummer 2. Das finde ich sehr charmant. Argan- und Cranberryhaarkur. Eine Minute für trockenes und strapaziertes Haar. Und hier haben wir 20ml drin. Also das ist eigentlich auch so ein Produkt, was wir jedes Jahr im Adventskalender von Isana drin haben. Sonst hatte das aber immer so eine Dreiecksform, ne? So eine Pyramidenform. Ich finde es besser, dass es jetzt so ist, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es handlicher. Komme ich besser mit klar. Ja, wie sollte es anders sein? In der Nummer 3 haben wir natürlich ein Scrunchie drin. Das möchte machen, dass unser Haar sitzt. Es ist im schönen, sparkly Design. Also definitiv hübsch. Ich persönlich bin aber kein Fan davon, ein Scrunchie in einem Adventskalender drin zu haben. Aber das ist eine ganz persönliche Kiste. Ich muss aber gestehen, dass ich die Farbe gar nicht mal so schlecht finde. Das ist ein Taub. Und dann hast du hier so Goldglitzer mit drin. Und da ich relativ häufig ja auch ein Bommel hier auf dem oben Kopf trage, kann ich mir vorstellen, dass ich das so drum zu mache und dass es ganz hübsch aussehen könnte. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so verkehrt. Was ist nun mit mir los? Die Nummer 4 duftet richtig gut. So, so beerig. Das ist eine Isana Spudel und Pferd das Wasser. Ich weiß nicht, wie viel Gramm hier drin enthalten sind, wenn ich das hochklappe vielleicht. Ich hätte jetzt vermutet, dass man dabei schreiben muss, wie viel Gramm da drin enthalten sind. Steht es aber nicht. Ja, es ist einfach eine Halbkugel. Und ich finde die aber sehr, sehr, sehr schön. Und die riecht unfassbar gut. Gut, süßlich-fruchtig. Die Nummer 5 macht uns ein Kompliment über unseren Geruch, also dass wir gut duften. Hier haben wir eine Handcreme drin, 24 Stunden Feuchtigkeit mit 30 Millilitern. Ja, ist auch so ein Standardprodukt in einem Adventskalender. Und vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass man einfach am 5. Dezember so vor Nikolaus nochmal so ein bisschen die Hände anfängt zu fliegen. Keine Ahnung warum. Vielleicht damit man gestärkte Hände zum Geschenke einpacken hat. Ja, das ist das Nikolaus-Geschenk. Und da steht drauf, Glück muss man haben. Es passt auf jeden Fall zu diesem sehr verspielten Design. Das ist so mit Pailletten. Ich finde es hübsch irgendwie. Aber halt auch sehr, sehr groß. Aber irgendwie auch hübsch. Die Nummer 7 hat mir meinen Nagel fast abgerissen. Aber es war Gott sei Dank nur der Nagellack hier oben. Au. Advent, Advent, ein Konzentrat Q10-Falten. Also das ist eine Ampulle. Und das finde ich auch sehr schön. Ich liebe Ampullen. Ich habe ja, ach Mensch, auch den Dalton-Adventskalender aufgemacht. Den kann ich euch hier oben mal verlinken. Das ist ein Traum für Ampullen-Fans. Und ja, also ich finde es super interessant, dass hier eine Anti-Falten-Q10-Ampulle drin ist. Wobei wir bislang halt eher so kindliche oder jugendliche Produkte hier drin enthalten hatten. Das finde ich ein bisschen verwirrend, aber irgendwie schön, weil ich es mag. Auch die Nummer 8 möchte uns eine schöne Adventszeit wünschen. Und sie soll eigentlich machen, dass es kracht. Juti, wir haben hier eine Soft-Creme mit Babassu-Öl drin. 20ml sind hier drin enthalten. Ist ein süßer, kleiner Creme-Tiegel-Pöttchen. Und so eine Creme, die kannst du halt genauso wie die von Nivea verwenden. An allen möglichen Stellen am Körper oder so. Wenn du mal so als Handcreme oder mal als Gesichtscreme oder als Fußcreme. Als ich habe eine trockene Stelle am Ellenbogencreme. Sowas halt, ne. Jo, finde ich süß. Ist auch wieder in diesem schönen Design. Das gefällt mir. Für traumhaftes Haar möchte die Nummer 9 sorgen. Und hier haben wir ein Shampoo drin für trockenes Haar. Was ich habe, das Seidenglanz-Shampoo. 50ml sind hier drin enthalten. Ich glaube, dass das hier auch ganz regulär in dem Standardsortiment von Isana vertreten ist. Aber halt nicht in dem Design. Nein, hier ist Lotus-Extrakt mit drin. Und jo, ne. Finde ich auf jeden Fall cool. Genau das Richtige soll die Nummer 10 sein. Jedenfalls steht es im Kläppchen. Konzentrat-Hyaluron-Booster. Hier haben wir eine weitere Ampulle einfach mal drin enthalten. Ich finde es schön, dass wir hier verschiedene Ampullen haben, um das Ampullensortiment von Isana kennenzulernen. Aber auch das spricht eher dafür, dass es ein Adventskalender ist, den man sich entweder als Mutter und Tochter teilen sollte oder, ich weiß es nicht, als mein alter Frau nehmen sollte. Weiß ich nicht, weil erste Falten und gleichzeitig verspielte Sachen, ne. Schwierig von der Zielgruppe her. Eins, zwei, drei kleine Geschenke möchte uns die Nummer 11 geben. Und selbstverständlich darf die obligatorische Nagelfeile nicht fehlen. Aber da muss ich sagen, dass ich die sehr süß finde. Wir sehen hier, dass wir so verschiedene Designs auch drin haben. Und das sind drei Nagelfeilen. Hier haben wir einmal so ein Männchen. Dann haben wir eine normale Pfeile, wo wahrscheinlich was draufstehen wird. Und hinten ist, glaube ich, ein Rehntier, wenn ich das von der Form richtig sehe. Besser als diese klassische, pack irgendeine Nagelfeile rein, Nagelfeile. Halbzeit finde ich immer sehr spannend, was man sich so überlegt als Wendepunkt, in Anführungsstrichen. Und wir sollen den Tag entspannt ausklingen lassen mit der wärmenden Öl-in-Gel-Reinigung für feuchtigkeitsarme Haut. Hier sind 20 Milliliter in dem Tübchen enthalten. Ich persönlich finde es auch irgendwie ganz angenehm, dass wir so unterschiedliche Tuben und so Formen haben. Dann hat man da auch einfach diese optische Abwechslung. Am 13. Dezember dürfen wir uns eine kleine Auszeit nehmen. Und das ist ein Produkt, wo ich sagen würde, das ist halt auch nicht unbedingt was für ein Teenager. Denn als ich Teenager war, mochte ich noch keinen Kaffee. Das hier ist ein Kaffee- und Mango-Duschpeeling, exotischer Coffee-and-Mango-Duft. Und 40 Gramm sind hier drin enthalten. Und ich glaube, dass es so ein trockenes ist, dass du das quasi auf die trockene Haut gibst und damit dann quasi den Körper peelen kannst. Für mich hört sich das super angenehm an und ich werde das auch verwenden, weil ich Kaffee liebe. Aber wenn ich so eine 14-Jährige gewesen wäre, hätte ich mich nicht darüber gefreut, weil ich den Duft nicht mögen würde. Ein bisschen Glitzer gefällig mit der Nummer 14. Ich mag nicht so gerne Schimmer-Body-Lotions. Hier haben wir aber eine mit drin. Da sind nämlich Schimmer-Pigmente enthalten. Steht hier jedenfalls drauf. 20 Milliliter sind hier in dem Tübchen drin. Ja, ne? Eine Body-Lotion finde ich cool. Schimmer-Body-Lotion mag ich persönlich am liebsten im Sommer, wenn ich sowieso keine Strumpfhose trage und dann die Beine so einen leichten Schimmer haben. Aber auch wieder dieser Glow und Glitzer steht für die Weihnachtszeit. Da ist alles ein bisschen kitschiger, ein bisschen glitzernder. Deswegen passt es auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, ob der Adventskalender recht hat und bis am 15. Dezember schneit. Denn hier steht leise riesig der Schnee. Outdoor Protect Cream. Pflegender Ölkomplex. 20 Milliliter. So was ist eine ganz praktische Geschichte. Eben deswegen, weil draußen die Kälte die Haut halt sehr, sehr angreifen kann. Und vor allem, wenn du dann immer so in diese, vom warmen Raum in die Kälte nach draußen gehst und dann wieder rein in die Wärme. Das schädigt der Haut schon sehr. Und dann ist es ganz praktisch, wenn man da ein Produkt mit bei hat, was einen davor schützen kann. Die Nummer 16 möchte, dass wir unsere Träume leben. Und oh mein Gott, das finde ich so süß. Wenn die jetzt auch noch gut ist, dann ist es klasse. Das ist eine Pinzette. Und das ist nicht irgendeine Pinzette, sondern es ist eine Einhorn-Pinzette. Oh mein Gott, ist die geil. Die finde ich richtig toll. Meine Kamera kommt nicht mal damit klar und kann sie nicht mal scharf stellen. Hallo. Ich finde die so schön. Oh mein Gott. Und dann sind da so Schneeflocken und sowas drauf. Das finde ich cool. Am 17. Dezember dürfen wir uns etwas gönnen. Und das dürfen wir mit dieser Ampulle. Das ist die Express Lift Konzentrat Ampullengeschichte. Auch das wieder. Ein Anti-Aging-Produkt. Ich feiere das, ne? Also ich werde es auch ausprobieren. Oh ja. Und wenn dann in der Weihnachtswoche noch Schnee liegt und ich draußen vom Schneeschippen reinkomme, mache ich mir diese wärmende Fußmaske drauf. Man weiß es nicht. Bei kalten Füßen soll man die verwenden und da sind 10 Milliliter drin. Ja, auf jeden Fall sehr praktisch, ne? Dann zieht man sich dicke Wollsocken drüber, setzt sich irgendwie ganz nah an den Kamin, schlürft einen heißen Kakao oder einen Tee. Das kann ich mir tatsächlich gerade echt bildlich vorstellen. Die 19 verschafft uns nur die besten Wünsche. Und hier haben wir eine cremige Dusche mit Sofortpflegekomplex und 50 Millilitern drin. Das scheint dann auch nicht ein expliziter Weihnachtsduft zu sein. Aber natürlich sollte man gepflegt irgendwie Weihnachten feiern. In der 20 steht drauf, na, Überraschung gelungen. Und hier scheint Schmuck drin zu sein. Den packe ich mal aus. Oh mein Gott, das ist ein Produkt, was auf jeden Fall zu mir passt, weil wir hier einen Hund drauf haben. Und das ist so ein schönes Armband. Guck mal. Oh, das mag ich leiden. Und dann noch dieser Stein mit dabei. Ich muss gestehen, dass ich halt nicht so der Ultra-Armbandträger bin. Aber ich würde es tragen, weil ich das so hübsch finde. Ich weiß nicht, was das für ein Stein sein soll, ob das überhaupt ein echter Stein ist, ne? Aber dieser Hund da mit bei, das finde ich toll. Sonst haben wir nämlich immer irgendwas mit Katze oder so. Und hier ist ein Hund drin. Am 21. Dezember steht selbstverständlich Weihnachten vor der Tür. Und da gibt es jetzt endlich die Spülung zu dem Shampoo, was wir ja anfangs drin hatten. Seidenglanzspülung für trockenes Haar mit Lotus-Extrakt und 50ml. Das finde ich gut. Dann haben wir es auf jeden Fall komplett. Am 22. Dezember dürfen wir uns schön fühlen. Und hier ist wieder eine Maske mit enthalten. Hyaluron-Power-Maske. Feuchtigkeitsarme Haut mit Hyaluron. 24 Stunden Hydro-Intensiv-Effekt. Und das sind zweimal 8ml, also 16ml drin enthalten. Also Feuchtigkeit safe im Winter, super wichtig, ne? Am 23. Dezember steht drin, dass wir nur noch einmal schlafen und dann ist Weihnachten. Genauso ist es ja auch. Und hier haben wir so eine kleine Zwei-Phasen-Pflege wieder mit drin. Also wieder ist gut. Das ist halt noch eine weitere Ampulle. Und ich weiß nicht, das scheint eine Ölphase und eine Wasserphase zu sein und dementsprechend dann ja eine Feuchtigkeitsspendende Ampulle. Da steht nicht ganz genau drauf, was sie machen soll. Nämlich gar nicht. Aber ich bin genauso gespannt wie ihr, was jetzt in der 24 drin sein wird. Denn wir hatten ja echt schon krasse Produkte hier drin enthalten. Und die machen wir jetzt mal zusammen auf. Ein wunderschönes Weihnachtsfest für dich, stehe ich hier. Wir haben ja ein Täschchen drin. Okay. Hä? Okay, dann haben wir hier ein Täschchen drin. Okay, ja. Yay. Kann man Pinsel drin aufbewahren oder so. Ja. Ähm. Ein Täschchen. Finde ich jetzt nicht verkehrt, ne? Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Aber da wäre es irgendwie cooler gewesen, das Armband reinzupacken, oder? Das ist er nun gewesen, der Isana Adventskalender, den ich persönlich besser finde als den von Balea. Ich weiß nicht genau warum. Wahrscheinlich, weil wir hier halt nicht nur Pflege drin hatten, sondern auch eben diese Accessoires. Und die haben mich tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, beeindruckt nicht unbedingt. Nein, aber die haben mich überrascht. So kann man das sagen. Genau. Ich wurde von dem Adventskalender überrascht. Denn ich bin davon ausgegangen, dass wir hier einen reinen Pfleger Adventskalender vorfinden werden. Aber nö. Natürlich ist das ein oder andere Tool jetzt eher so ein Basic-Ding, ne? So wie so ein Scrunchy oder Nagelfein oder sowas. Aber es sind irgendwie coole Formen und irgendwie ist es ganz nice gemacht. Und ich finde den besser, wie gesagt, als den von Balea. Und das war jetzt der Isana Adventskalender, der mich echt positiv überrascht hat. Und wenn euch das Video positiv überrascht hat oder gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.